Biogena hat das größte Wissenschaftsteam der Branche, um möglichst vielen Menschen ein fantastisches Leben zu ermöglichen. Dank intensiver Forschungsarbeit generieren wir mehr Wissen, um Qualität und Wirksamkeit unserer Produkte hochzuhalten. Mit unseren eigenen Studien sammeln, vermehren und teilen wir Wissen über Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente. Neueste Forschungsergebnisse der Medizin, der Ernährungswissenschaft und der Biochemie sind die Basis unserer Arbeit. Das Wissen wächst definitiv permanent und natürlich je mehr Augen wir haben, je mehr Naturwissenschaftler im Team, desto besser können wir auch die neue Wissenschaft, die neuen Forschungsergebnisse beobachten. Nur durch die verschiedensten Naturwissenschaftler im Team können wir garantieren, dass wir das beste Wissen sammeln und in die Kapsel bringen und auch die sehr hohe Qualität, die wir haben, auch gewährleisten können. Als Wissenschafts-Company arbeitet Biogena mit renommierten Wissenschaftlern und universitären Forschungseinrichtungen zusammen. Durch diese externen Wissenschaftskooperation fördert Biogena innovative Forschungsprojekte und wichtige Studien. Die daraus resultierenden Ergebnisse tragen nicht nur zu unseren hochwirksamen Rezepturen bei, sondern dieses Wissen möchten wir auch mit Ihnen teilen. Mit der Biogena Akademie haben wir einen Ort geschaffen, an dem jedem Einzelnen, ob beruflich oder privat, die aktuellsten Erkenntnisse der Gesundheitsforschung zur Verfügung stehen. Jedes Jahr organisieren wir dafür rund 270 Veranstaltungsimpulse für Ärzte, Therapeuten und Endkunden. Ein Beispiel dafür ist der Mikronährstoff-Coach. Der Mikronährstoff-Coach ist ein viertägiger Kurs, ein Kompaktkurs, wo man die Grundlagen lernt, wie man Mikronährstoffe professionell einsetzen kann. Die Patienten, die Kunden, die Klienten haben eine bessere Lebensqualität, weniger Beschwerden und man selber profitiert davon, weil es einfach schön ist zu sehen, wie man mit einfachen Werkzeugen Lebensqualität von Menschen verbessern kann. Und das ist unbezahlbar, das ist eigentlich das Schlimmste. Noch mehr Wissen gibt es auch von zu Hause aus. Die Biogena Akademie bietet über ihre Webseite zahlreiche Webinare zu spannenden Themen rund um Gesundheit und Wohlbefinden. 9.000 Partnerärzte und Therapeuten, Spitzenforscher und Rohstoffhersteller begleiten uns auf unserem Weg zu mehr Wissen.